So, okay, gut. Jetzt probieren wir uns mal wieder zurück zu kämpfen. Ah, klar. Nemesis wird uns jetzt ein bisschen auf den Binnen sehen. Da habe ich fast Angst. Also ich bin immer noch der Meinung, ich glaube, ich werde von... Oh, ja, klar, stehst du auf. Oh, was ist denn mit hier? Was ist das denn? Oh, scheiße. Okay, brauchst du wirklich erst Körpertreffer? Brauchst du erst Körpertreffer, damit der sich öffnet? Wird ich das jetzt gerade richtig hier sehen oder... oder irrückt mich? Oh, nee. Ich lobe da weg, jetzt ist ja nicht großartig da rummeiern. Ich bin so ein Noob. Noob, noob, noob. So, hier ist eine Kiste. Okay, ich muss jetzt mal vielleicht noch einen Treffer gerade mal kassieren. Geh mal ein bisschen auf Risiko. Okay, dann müssen wir das also der Knödel machen. Reicht ja? Er ist also... So, komm, lass mich mal in Ruhe. Und er ist fucking schnell. Er ist so scheißschnell. Das darf nicht wahr sein. So, komm. Oh, wo war denn das? Oh, wo ist ab? So, komm, mach zu, mach zu. Mach zu, der Ding. Ja, jetzt zieht ja rein. So, okay. Wir klinkern hier nochmal schnell. Den Smaragd rein. Bum, bum. Oh, ist da noch eine Schulterstütze? Taktischer Schaft. Schön. Das klingt erstmal super. Flindel. Können wir das überhaupt mit der Flinte machen? Kombinieren. That's awesome. Okay. Nehmen 3, Flinte. Na gut. Wunderbar. Ja, was ist denn jetzt? Irgendwie, warte mal. Also den blauen. Den Saphir habe ich jetzt nicht. Den Saphir habe ich jetzt nicht. Und wir haben jetzt die U-Bahn wieder intakt gesetzt. Das heißt, wir fahren weg. Das heißt, ich habe den Saphir verkackt. Das ist schade. Das ist schade. Na gut. Aber wir werden es hoffentlich auch so schaffen. Oder epic failen. Je nachdem. Oh, und haben wir hier noch? So viel, so viel, so viel, so viel, so viel. Hm, okay. Flintenmunition. Nehmen wir noch mit. Gute Arbeitssuche kommt. Ich bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit Ballast mit zu schleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn's drauf ankommt. Ne, mach mal halblang. Pff. Sie wird dein Tod sein. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaff euch Zeit. Hey, warte. Warte, Jill. Nein. Komm schon, du verdammter Stalker. Du willst Stars? Oh, oh, okay. Alles klar. Ja, und er bekommt auch Stars, wenn er weiter so macht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Vielleicht damit. Da ist er. Spottisch. Spottisch. Das ist meine Chance. Was rauskiss? Okay. 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 Mach auf das Ding. Jetzt jib Schub. Oh, der macht ja wieder auf. Los, 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 los. Los. Nein, 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 nicht bitte in Abwasserkarnieren. Ach, Scheiße. Ach, das ist alles möglich hier wieder. Hier ist halt ein Flieger. Viecher. Und Nemesis. Viecher. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Einen Weg nach Hause finden. Ah, Karte an der Kanzellation. Sehr gut. Oh, schön. Das ist natürlich cool. Ah, schön smooth. Nice and smooth. Eine Karte der Umgebung. Perfekt. Ja, und wir alle wissen, dass Pflanzen, insbesondere Topfpflanzen, fantastisch hier dahin, wenn sie in der Kanalisation, fernab von jeglichem Stück Sonne, in irgendeinem Gammian Büro stehen. Ohne Licht im Fenster. Ja, da muss man kein Botaniker sein, um zu wissen. Das ist nicht gut. Ah. Flintenmunition. Oh Mann ey, ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier wirklich jetzt... Wahrscheinlich werde ich irgendwann wirklich vermehrt mit Nemesis zu tun bekommen. Dass ich jetzt hier so ein bisschen... Äh, ja, wie sagt Nennings denn? Äh, 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 so ein bisschen untermunitioniert und unterbewaffnet hier jetzt in den, in den Krieg ziehe. Weil kämpfen ja eigentlich eher die schwereren Kaliber gerne bis zum späteren Zeitpunkt im Spiel auf. Hallo? Oder ist das? Eine Gürteltasche. Hat denn hier jemand seine fesche Gürteltasche verloren oder liegen gelassen? Ja, komm. Ach. Was war das? In einer Stadt wie Raccoon City, während des Ausbruchs, Ausbruchs einer, 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 eines T-Virus... ...hört man etwas in der Kanalisation brüllen, rühren im Hintergrund. Moment. Und sie fragt sich... Hm. Was war das? Anstatt... ...schreiend wegzurennen, aber die ist sowieso... Die hat... Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Alles klar. Und den haben wir natürlich nicht. Der weckt sich nicht. Das war wohl irgendwie eine Stromquelle. Ja, das war wohl wahrscheinlich das Ding, was wir da gerade auf dem Schreibtisch gesehen haben. Und ich sag... Yeah. Oh... Mh... Mh... Oh, ich lebe den Traum. Ist das geil. Oh, nee. Jetzt spring ich in die Abwässer runter, oder? Genau. Oh Gott. Die Klamotten muss sich verbrennen. Was war das? Eine Handgranate. Oh, ach... Irgendwas schön. Also ich will ihn auf Toilette kommen jetzt. Ich will eine Handgranate im Klo versinken. Hallo. Oh-oh-oh-oh. Oh scheiße. Oh scheiße. Tod? Nee, nicht tot. Iiiii. Na, hier. Oh, das ist wirklich eklig, genau wie sich, oh, ist das eklig, ist das disgusting, wirklich. So, haben wir hier noch irgendetwas, ja, man übersieht ja natürlich ganz schnell das lootbare Zeug, na, und auf der Karte wird es ja auch erst angezeigt, wie man es dann gefunden hat. Ja, Alter, hallo, Hallöchen. Rechnung vom Gunshop Kendo. Der Laden aus der 2? Gunshop Kendo? Vielen Dank für Ihren Kauf eines XXXXX Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffe mit einer Vielzahl an Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein generalüberholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt, wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz auf der Rückseite. Explosive Granaten. Sprengstoff A mal 2. Brandgranaten. Sprengstoff A plus Sprengstoff B. Säuregranaten. Sprengstoff B mal 2. Minengranaten. Können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Gammas. Wahrscheinlich diese Viecher dort. Da. Was haben wir hier? Wo ist das? Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18 Grad Celsius. pH-Wert 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegungen träge. Kampfpotenzial gering. 18. April. Wassertemperatur 20 Grad Celsius. pH-Wert 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen liefert positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. 30. Juni. Wassertemperatur 22 Grad Celsius. pH-Wert 6,2. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Laborschmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Karl Eisel ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August. Wassertemperatur 25 Grad Celsius. pH-Wert 5,8. Es ist jetzt zwei Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorge gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach zwei Tagen angefangen, den Untergrund von Recon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahmeleistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September. Wassertemperatur 23 Grad Celsius. pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September. Wassertemperatur 21 Grad Celsius. pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen am Brothers Europäischer Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben sie ja ein Einsehen. Ja, geil, Alter. Bist du hier schön, ne? Mitarbeiter der städtischen Kanalwerke und guten Tag. Machst mal eine Stripvisite. Falsche Türe verschlossen. Oh, wir fressen wollen. 100 Punkte. Sprengstoff B. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Sie haben jeden Tag drauf. Diese Untertitelung des ZDF, 2020